Der Pharma-Markt für Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel ist heiß umkämpft. Der Markterfolg hängt wesentlich von der Hochwertigkeit der Verpackung ab. Hier ist Raum für Innovationen. SANA lässt ihr Produkt herausragen. Die Brilliance Tube. Die neuartige Anwendung des In-Mold-Labeling-Verfahrens auf Röhren macht es möglich. SANA bietet die perfekte Verpackungslösung und jetzt auch die perfekte Optik. Fotorealistische Darstellung, Metallic-Effekte und hochauflösende Schrift für bessere Lesbarkeit und modernste Kundenkommunikation. Die gesamte Verpackung, alles aus einer erfahrenen Hand in gewährter Qualität. SANA, Ihr One-Stop-Shop. Die perfekte Bodengeometrie, mehr Prozesssicherheit in Abfüllung und Verpackung. Zusätzlich sorgt die Brilliance Tube von SANA auch für die maximale Aufmerksamkeit beim Kunden. Wenn Sie aus der grauen Masse hervorstechen wollen, sollten Sie darauf vorbereitet sein. Die Brilliance Tube von SANA. Für mehr Markenerfolg. Das wird für mehralsedgeheizend. Untertitelung des ZDF, 2020